Musik Endlich sehen wir die schönen Nadine Klein im Bachelorette-Einsatz. Am Mittwoch startete das beliebte Dating-Format zum bereits fünften Mal auf RTL. Auch in diesem Jahr wollen wieder 20 attraktive Junggesellen um das Herz der neuen Rosenverteilerin. Nun zeigen die ersten Bilder, die Jungs wollen offenbar nichts dem Zufall überlassen und gehen schon in der ersten Nacht der Rosen ordentlich ran. Wie der erste RTL dieser schon verrät, setzt beim Kennenlernen nach dem Ausstieg aus der Limousine in diesem Jahr so manch ein Kandidat auf eine echte Performance, statt sich einfach nur klassisch vorzustellen. Während er die Mock eine Tanzeinlage auf dem roten Teppich hinlegt, versucht sich Jorgo Alatzas mit einem Stemzum samt Gitarre. Der Hierarchik, dem bei der Vergrüßung die Nerven versagen, geht bei der darauffolgenden Feier aufs Ganze und fordert Nadine zu einem Einzelgespräch auf, nur um dann von Kontrahent Philipp augenscheinlich unterbrochen zu werden. Andi Janssen und Sascha Schmitz versuchen ihn das ihr Glück einfach im Dreierteil. Der Konkurrenzkampf kommt offensichtlich schon in der ersten Nacht ordentlich ins Rollen. Für den besonderen Abend hat sich natürlich auch die neue Bachelorette ordentlich in Schale geworfen, schließlich sind stolze 40 liebe-schungrige Augen auf sie gerichtet. Dafür wählt die 32-Jährige ein schneeweißes Traumkleid mit sexy Beinschlitz und Wodeköte. Für den besonderen Abend hat sich die Beinschlitz und Wodeköte.